Ein flauschiges Hallöchen ihr Süßen und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal und willkommen zum Spooktober 2019. Wir spielen gemeinsam Absoloth End of Gods, ein Horrorspiel mit Wikingern in der Zukunft mit Sci-Fi und ich weiß nicht was allem, aber ich bin sehr, sehr neugierig und gespannt. Ich hatte viele Spiele zur Auswahl und ich dachte jetzt einfach, ich würde gerne ausnahmsweise mal ein Spiel spielen, das tatsächlich halbwegs aktuell ist, so für Spooktober und deswegen Absoloth, das ist tatsächlich dieses Jahr rausgekommen und ist von den Machern von Unforgiving, was eine super Atmosphäre hat, deswegen ich glaube ich werde mich hier sehr gruseln. Ja, bitte ein neues Spiel. Als Schwierigkeit sehr ist für Story-Fokussierte, die keine Lust auf konstante Todesgefahr haben. Ja bitte, das wäre eigentlich voll meins. Wikinger ist für diejenigen, die Story, Abenteuer und Herausforderungen suchen. Ich schätze mal, wir werden Wikinger im Endeffekt nehmen. Berserker ist für den, der den Tod nicht fürchtet. Gott, beende das Spiel. Ja, dann nehmen wir mal Wikinger, würde ich sagen, oder? Also persönlich würde ich vermutlich sehr wählen, wenn ich jetzt privat spiele. Aber Wikinger könnte ganz passend sein. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Und ich bin sehr neugierig. Ach, du jährig. Beide ich. Oh! Und zwar, was ich an? Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Wer ist denn? Ich bin nicht so. Wer bin ich? Okay. Soll ich da jetzt hingehen? Ich will mir aber erstmal eure Gesichter angucken. Das ist sehr... Ja, ihr seht ja alle total nett aus. Sehr einladend und freundlich. Bei dem kommt Wasser raus. Ich glaube, ich mag dich nicht. Keinen von euch? Also vielleicht der hier. Der sieht nicht ganz so gemein aus wie der... Die anderen haben alle sowas ein bisschen fieses an sich. Na gut, er vielleicht auch. Oh, bin ich da versehentlich hingegangen. Okay. Schlüssel einführen. Interagieren mit E. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Das ist ja meine so ne Box. Mhm. Okay, können wir nehmen. Das ist schön. Und dann stecke ich das hier so rein. Welcher von euch redet eigentlich mit mir? Oder seid ihr das so als Kollektiv? Das nächste Licht ist da. Okay. Ich traue denen nicht. Jeder, der sowas hier hat, dem traue ich nicht. Ich traue denen nicht. Es wäre mein schlimmster Albtraum, darunter aufzuwachen und ihr habt mir das angetan. So, was soll ich hier machen? Ahne nichts Gutes. Einfach nur die Hände da drauflegen. Waren da gleich Handschellen raus? Aber ich sehe keine. Na gut. Ja. Oh! Oh nein, 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 nein. Nümerich. Oh. Oh. Geoff. Waaah. Ich bin sehr unglücklich. Jetzt kann ich sehen, was wir sehen. Jetzt, wenn du das Ding ausprobieren kannst, und benutze dein Geist. Nein! Was würdest du machen mit mir? Shut up! Ich kann nicht verstehen. Stop strämmen. Du wirst schon wieder wachsen, oder du wirst nicht mehr so. Es ist gut, dass du mich nicht mehr so schlippst. F macht die Sicht an und aus. Oh, und ich soll mir so eine Rune aussuchen. Sehe ich das richtig? Okay, ich kenne Runen, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten in der Regel. Ich nehme jetzt einfach die, die mir am besten gefällt. Eigentlich finde ich das hier sehr schön. Glaube ich. Tötest du mich, wenn ich die falsche auswähle? Ich hoffe nicht. Ja, das hier bitte. Das ist das blaue da? Das ist irgendein Scheiß. Ja, nein, ich glaube nicht, dass ich hierbleiben möchte, bis das, die Stimme wiederkommt. Nö. Ich kann mit dem Schalter interagieren, glaube ich. Oh, ja dann noch. Ich mache mal diesen hier. Oh, au. Äh. Das wollte ich nicht, aber okay. Bin ich runtergefallen. Ja, dann gehe ich mal, ne? Tschüss. Da kann ich nichts machen. Sollte aber vielleicht geduckt bleiben. Ähm. Muss, glaube ich, doch hiermit interagieren. Nein? Oh, da hinten. Entschuldigung. Komplett falsche Richtung. Da ist was auf dem Boden. Äh. Alice. Ich wünsche dir, Odin, dass du sicherlich findestest, und dass dein Erschung ist erfolgreich. Du musst, wenn du zuhörst. Als nächstes der Stimme vermerkst, wird er nach dir kommen. Und ich weiß nicht, was er dir tun wird. Der Myth hat über alles genommen genommen genommen. Du musst mich finden sofort. Use deine Sicht, um die Symbolen, die dich anstattieren. Tab-Systemanzeigen. Finde Dr. Hendrik Anderson. Oder Anderson. Schlüssel. Roomscreen. Was haben wir denn noch? Achso. Er ist Seitenwechsel. Finde mich. Alice, ich bete zu Odin. Okay. Okay. Dann benutzen wir mal weiter unsere Sicht. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das... Komm ich hierher? Nö. Nö, da komm ich nicht her. Kann es sein, meine Sicht muss ich erst aufladen. Oder wenn ich die jetzt benutze? Genau. Dann geht sie einfach direkt wieder zurück. Mal gucken, dass ich mich hier... Da vorne könnte es eventuell... Genau, da geht es raus, wie es scheint. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber alles, was mich weg von diesem komischen Gerät bringt, von diesem Bekloppten da, dieser Stimme, finde ich gut. Ich kann hier noch... Okay, jetzt konnte ich gerade aufstehen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß halt absolut nicht, was uns hier erwartet. Oh. Da flimmert es ja ein bisschen. Da ist das Symbol, dem wir folgen sollen. Und da liegt ein Kopf auf der... Also... Ein Schädel auf der... Und das Blut. Okay. Okay, das... Ich glaube, das finde ich etwas beunruhigend. Ja, ja, ich mache sie gleich an und aus. Mit der Sicht fällt das Blut hier nicht halb so sehr auf. 6, 7, 2, 5. Mal gucken. 6, 7, 2, 5. Okay. Okay. Ich, ähm... Kann ich damit irgendwas... Nein. Ich will gerne meine Sicht anlassen. Ich muss hier durch, ja? Okay. Da muss ich entlang? Okay, da kann ich auch gar nicht entlang. Und hier auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich solche Lüftungsschächte unbedingt mag. Da kommen Tentakel durch. Die mag ich definitiv nicht. Kann ich das einmal... Ohne meine Sicht sehen? Ja, das sieht ja lecker aus. Ohne meine Sicht sehe ich... Was war das? Hallo Wurzel, du siehst plötzlich so freundlich und nett aus. Oder überhaupt nicht schleimig und eklig. Hier. Ja, da komme ich glaube ich nicht durch. Das sieht... Das sieht aus wie Blut, wenn wir es anleuchten. Aber jetzt nicht mehr... Oh Gott, ich will da nicht durch. Okay. Da kam der her. Da ging er... Achso, lehnen kann ich ja. Das ist ja... Ich hoffe, ich denke da dran, dass ich lehnen kann. Ich... Ich gehe erstmal dahin, wo der hergekommen ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, in welche Richtung wir müssen. Aber irgendwie gefällt mir die Vorstellung nicht, dem hinterher zu gehen. Was ist das schon wieder? Au. Autsch. Okay, hinterher war vielleicht nicht das Beste. Aua. Würdest du das bitte nicht tun, Spiel, mich ständig irgendwo runterzuwerfen? Sicht geht gleich aus. Was ist das? Ja, du darfst ausgehen, liebe Sicht. Das sieht sehr spannend aus und ein bisschen beunruhigend. Kann ich das Gitter... Nee, kann ich nicht wegmachen. Ich glaube, ich muss da durch, oder? Ich mache mal kurz meine Sicht wieder aus, damit ich das alles hier ein bisschen besser sehen kann. Du siehst aus wie Groots großer Bruder. Was ist das? Spiel gespeichert. Okay. Ich mag die Stimmen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß nicht, wer du bist oder was du bist, aber ich mag dich nicht. Kann ich da noch mal speichern? Okay, gut. Ich wollte wissen, ob wir noch mal... Nicht, dass wir da immer nur einmal speichern können, dass wir nicht so schön sonst wieder Licht an, weil ich hier sonst, glaube ich, nicht sehe. Ja, die Sicht ist hier ja schon an. Was ist das hier jetzt? Okay. Okay. Schließfächer kann ich... Oh Gott, was machst du? Au. Oh, schnell weg. Okay, ich kann zum Glück rennen. Ah, nein, noch so einer. Oh Gott. Warum, warum... Sollte ich vielleicht schleichen hier? What? Das war nicht so angenehm. So weit reicht meine Sicht auch nicht, dass ich jetzt weiß, ob hier überall welche sind. So, das war ein Licht. Springen. Oh Gott, ja. Ich muss meine Sicht wieder aufladen. Oh Gott. Ich habe es übrigens schon ein bisschen heller gemacht für YouTube. Also eigentlich sollte es jetzt sogar noch dunkler sein bei mir. Ich finde es, ehrlich gesagt, auch jetzt noch ziemlich dunkel. Da oben ist eine Luke. Ich weiß, ich kann lehnen, aber... Oh Gott, da vorne steht wieder so ein Typ. Ignorier mich einfach. Ich bin gar nicht da. Okay, ich sehe, wo wir... Oh, ich sehe, wo wir hin sollen. Bleib weg von mir. Soll ich die Leiter nehmen, oder? Was hat sie jetzt gemacht? Ah, okay. Wir nehmen automatisch die Leiter. Ich hatte gerade so... Moment, habe ich befürchtet, wir würden da gleich runterfallen? Okay, meine Sicht ist gleich weg. Ich lasse sie sich eben mal wieder aufladen, denn sonst sehe ich hier absolut nichts. Und ich würde hier gerne was sehen, denn ich fürchte von diesen... Ja, von diesen Wesen mit dem Geweih. Jetzt kriege ich ja Geld, wie man rennt. Das ist ja nett. Welche Richtung muss ich denn? Wie geht das eine Rolle, in welche Richtung ich gehe? Ich habe ja keinen Anhaltspunkt. Gehe hier hinten schon mal nicht hin, wie es aussieht. Wir erklären... Wir bekommen erklärt, wie man rennt und was mache ich? Ich schleiche. Das klingt nach der... Besten Idee ever. Okay, ich glaube hier hinten... Ich glaube, ich muss da vorne hin, wo der drin war. Eben mal kurz wieder... Eben mal kurz wieder die Gabe auffüllen lassen. Da kommt er gerade... Oh Gott, bitte komm nicht in meine Richtung. Okay. 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 Ich glaube, er ist nicht hinter uns. Ich bin mir aber absolut nicht sicher. Huh. Du. Au. Lass mich in Ruhe. Ich mag dich nicht. Geh weg. Okay, er hat aufgegeben. Ich glaube, ich muss... Geh weg. Okay, er geht wieder weg von uns. Unsere Gesundheit normalisiert sich wieder. Kommt mir nicht nach. Ja dann. Du tust mir nichts. Ich muss hier rein. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe nichts. Geht's dir gut? Okay. Wir sind... Wir sind Freunde. Gehen wir mal zur oberen Kühlebene. Ich würde ihn ja gerne trösten, aber ich glaube, dann tötet er mich. Das ist jetzt schon furchtbar und furchtbar schön. Okay. Da sind Türen. Kann ich hier rein? Nein. Nein. Dann muss ich da wohl nicht rein. Oh, ein Pfeil. Das ist aber freundlich. Nochmal. Ah, ich muss... Sammelstück gefunden. Eins von 28. Werden wir nicht alle kriegen, glaube ich. Ähm, ja. Ich sollte vielleicht... Stückchenweise... Ähm, hallo? Hallo? Ich bin nicht so gut im Klettern, wie es scheint. Da soll ich jetzt rein, ja? Okay. Wie schlimm kann es schon werden? Da ist ja nur irgendwas Großes durchgekrochen. Ich warte ganz kurz, bis ich meine Sicht wieder ein bisschen aufgefüllt... Oh, boah. Komm, ich gehe erstmal so runter. Au. Au. Ich wollte gerade sagen, da vorne bewegt sich was, aber das ist nur der Ventilator. Okay. Da sollen wir also... Ja, wir sind scheinbar richtig... Auch wenn ich mich diesen... Oh, speichern. Ja, bitte. So. Langsam. Dann tue ich mir auch nicht weh. Da vorne liegt was Rotes, aber erstmal speichern. Bevor mich nochmal irgendwas anspringt und frisst, immer schön speichern. Insbesondere, weil ich ja... Was bist du? Ich bin, ich bin, mein Team, um zu gehen durch die Reifte zu holen, um die Reifte zu holen, um die Reifte zu holen, um vor drei Monaten zu holen. Ich weiß, dass es nicht mein Platz ist, um meine Reifte zu holen. Aber ich kann nicht mehr sagen, dass die Reifte zu holen durch die Reifte zu holen ist, wie sicher. Es war kein Problem, aber ich dachte, dass die anderen Reifte zu holen waren und zu leben. Ich würde gerade gucken, da ist Blut. Jetzt weiß ich auch warum. Da unten ist jemand. Ich lasse hier meine Sicht einmal kurz aus. Einfach damit sie sich auffüllt und weil es hier ja auch hell genug ist. Und es, glaube ich, relativ offensichtlich ist, wo wir hin müssen. Wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Ich kann trotzdem immer so in die Ecken gucken, ob wir irgendwas entdecken. Aber eher nicht. Speichern ist auch deswegen wichtig, weil ich mich ja gerne von euch verabschiede und euch auch begrüße. Und es geht am besten am Speicherpunkt. Okay. Ähm, ja. Das hier meinte ich eigentlich. Und ich weiß eben nicht, wie die Speicherpunkte hier verteilt sind. Ob eher großzügig oder eher spärlich. Gerade eben schien es, als wären sie großzügig verteilt. Aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Kann ich da rein? Ja, kann ich. Bringt mir nur nicht viel. Oh Gott. Ja. Ja. Nein. Wer bist du? Deine Augen leuchten nicht. Du bist also scheinbar nicht mit denen verbunden, die mich so ein bisschen nicht mögen. Hier wackelt alles. Warum wackelt hier alles? Ich gehe einfach mal... Ihr wisst ja was? Ich gehe mal nach links. Ich bin so... Mensch, ich gehe theoretisch in solchen Spielen immer eher nach links als nach rechts. Das scheint mir hier keine gute Idee zu sein. Okay. Dann gehen wir nach rechts. Jetzt... Ich weiß, wir kriegen Fallschaden. Deswegen möchte ich da nicht unbedingt in die, äh... Oh Gott, das sind mehrere. Das sind ganz viele. Wow. Ja. Vielleicht nicht ans Geländer lehnen. Hier vermute ich auch nicht rüber, oder? Ja, das sieht auch aus, als würde es uns nichts fallen. Wir klettern automatisch Leitern, wenn wir uns ihnen nähern. So. Beziehungsweise nicht automatisch, aber wir ergreifen sie automatisch. Ich muss nicht vorher noch E drücken, oder so. Wer seid ihr? Und was seid ihr vor allem? Und wer oder was bin ich? Warum wurde an mir rumgedoktert? Warum ist da vorne schon wieder... Ist da schon wieder Blut? Andere Welten-Expeditionsteams? Ja, wir sind scheinbar hier durch. Könnt ihr einmal ganz kurz... Ja, vielleicht auch eher nicht. Meine Höhenangst sagt, ich sollte das nicht machen. Das mit dem Lehen kann ich nicht so wirklich. Das mit dem Lehen kann ich nicht so wirklich. Ähm... Der hat auch keine netten Worte für andere übrig, oder? Uns hat er auch als Fleischklumpen bezeichnet. Oh, hier hätte ich auch was sehen können. Okay. Und irgendwas... ...jagt uns jetzt also. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Okay. Ich mach gleich die Sicht wieder an. Dann schauen wir, wo wir... Wollte ich gerade sagen, wo ich weiter hin muss. Was ist das für ein Geräusch? Du Gott. Okay. Ich glaube... Ich habe gerade... Ich habe gerade... Okay, er hat uns gefunden. Guter Hund. Oder was auch immer du bist. Guter Cerberus. Ne, warte. Falsche Mythologie. Ich verschwinde besser mal. Ich glaube, mir gefällt es doch ganz gut in die Lüftungsschächten. Da kommt der nämlich, glaube ich, nicht so rein. Muss ich hier durch oder muss ich da vorne hin? Oh. Okay. Aber sonst ist hier nichts. Das heißt, wir müssen da runter. Okay. Okay, wir müssen da hin, wo es... Wir könnten auch gar nicht in die andere Richtung. Oh Gott. Darf ich bitte... Oh nein. Okay. Ich bleib mal ganz kurz hier. Ich warte, bis sich meine Sicht wieder aufgefüllt hat. Hier ist hell. Hier fühle ich mich... ...nicht ganz so ausgeliefert. Ich hätte gern einen Speicherpunkt, bitte. Ich weiß, wir haben nichts anderes gemacht, als durch die Gegend zu laufen. Aber ich hätte trotzdem gern einen Speicherpunkt. Okay. Dann können wir wieder hochklettern. Und da ist jetzt ein Speicherpunkt, richtig? Fast. Oh doch, da ist einer. Super. Da ist wieder ein Code. Und da war das... ...Hundi drin. Okay, wisst ihr was? Ich speichere eben mal und dann beenden wir die Folge. Da würde ich einfach mal sagen... ...vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen Absolove spielen. Ich weiß noch nicht, ob die Folgen jeden Tag... Sehr wahrscheinlich werden sie jeden Tag kommen, außer ich hänge irgendwo mal fest und brauche einen Tag länger für irgendwas. Ich bin ja mehr so horrorspielig nie lang. Das heißt... Hat das eine... Ach nee, das ist einfach nur Licht, dass ich darauf reflektiere. Ich wollte gerade fragen. Hat das eine Bedeutung, dass die eine Seite nur golden ist? Ja. Ich werde dann... Sehr wahrscheinlich gibt es morgen schon die nächste Folge von Absolove. Wir wollen das Spiel ja möglichst noch zu großen Teilen im Spooktober durchbekommen. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder und... Ich hoffe, Hundchen findet uns nicht. Also, bis zum nächsten Mal und... Bye, bye!